Wir schauen nach Berlin. Schwerer Verkehrsunfall auf der A12 nahe Berlin. Der Fahrer bei eises Kälte eingeklemmt. Ein Autotransporter bis zur Unkenntlichkeit zerstört. Der Fahrer kracht in das Stauende unter einen Container-Lkw. Der Wagen komplett zerstört. Der Fahrer im Fahrerhaus eingeklemmt. Die Einsatzkräfte benötigen Stunden, um den eingeklemmten Fahrer zu befreien. Selbst mit Seilzügen kann er nicht befreit werden. Auch ein Mobilkran kommt zum Einsatz. Die Situation für den Eingeklemmten lebensbedrohlich. Besonders wegen der eisigen Kälte. Jetzt um die minus 6 bis 7 Grad haben. Der Patient wurde im Fahrzeug mit Wärmelüftern warm gehalten. Und hat Infusionen gekriegt über den Notarzt. Dann haben wir angefangen mit der technischen Rettung. Erst nach über 4 Stunden kann der Fahrer aus dem Transporter rausgeschnitten und befreit werden. Er wird schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn war viele Stunden gesperrt. Die Autofahrer mussten bei eisigen Temperaturen in der Vollsperrung ausharren. Der Katastrophenschutz rückte an, um die Menschen im Stau zu versorgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020